Thomas Gill, passt zusammen. Der Ärger und die Enttäuschung der eigenen Basis über den Koalitionsvertrag konnte Merkel nicht gefallen haben. Im Interview in Berlin direkt verteidigt sie den Verlust des Finanzministeriums. Ich will einfach zu dem Schmerz, den auch ich empfinde, ich hätte gerne das Finanzministerium behalten, sagen, dass wir natürlich die Politik ja abgestimmt haben in der Koalitionsvereinbarung, dass ein Finanzminister doch nicht tun und lassen kann, was er möchte. Die Zugeständnisse an die SPD waren groß zu groß, sagen die parteiinternen Kritiker. Merkel hätte den Bogen dieses Mal überspannt. Aus der Ressortverteilung geht wirklich nicht hervor, dass die Union die mit Abstand stärkste politische Kraft im Deutschen Bundestag ist. Und wenn die Kanzlerin sagt, auch bei der Ressortverteilung muss jede Partei schmerzhafte Kompromisse machen. Die SPD hat keinen Kompromiss gemacht. Die SPD hätte die drei Schlüsselministerien bekommen als Rückendeckung für das Mitgliedervotum. Aber vor allem, damit Merkel erneut regieren kann. Der Preis der Macht titelt der Spiegel, fordert Opfer, da der Unmut in den eigenen Reihen. Was allerdings für eine konservative Partei, die gerade den Kanzler stellt, schon ein Stück weit beeindruckend ist, weil man würde eigentlich erwarten, dass gerade bei christdemokratisch-konservativen Parteien Einigkeit herrscht und die Vorsitzenden nicht unbedingt so direkt angegriffen wird. Arbeit und Soziales, das Auswärtige Amt und die Finanzen künftig von der SPD besetzt. Und dann noch das Innenressort für die Schwesterpartei. Es fehle die Ausgewogenheit, so der Vorwurf, Merkels Machtanspruch ginge eindeutig zu Lasten der eigenen Partei. Aber wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sein möchte, muss auch Verantwortung für dieses Land übernehmen. Dieses Land braucht eine Regierung, die Alternativen sind nicht besser. Besonders die jüngere Generation fordert jetzt frische Gesichter. Jens Spahn wird genannt als möglicher Minister oder neuer Generalsekretär. Mit direkter Kritik an Merkel hielt sich Spahn gestern zurück. Das, was wir im Koalitionsvertrag haben, ist ohne Zweifel auch kein furioses Feuerwerk an Innovationen und Impulsen. Wie sollte es mit der Vorgeschichte sein? Aber es ist eine solide Basis. Merkels Botschaft an die eigene Partei lautete gestern, ich habe verstanden. Sie verspricht eine personelle Erneuerung. Noch vor dem Parteitag will sie ihre Kabinettsliste vorlegen. Und sie wird selbstverständlich auch versuchen, die Breite unserer Partei mit einzubeziehen. Da gehören Junge dazu, aber da gehört genauso auch natürlich Erfahrung dazu. Sofern die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen, wolle sie in jedem Fall im Amt bleiben, sagt Merkel zum Schluss. Und das volle vier Jahre. Nach Monaten der Ungewissheit gibt es einen Kompromiss zwischen Union und SPD. Zufrieden scheint aber irgendwie niemand zu sein. Von der SPD kennen wir die öffentlichen Selbstzerfleischungstöne. In der CDU sind sie öffentlich neu. Schuld ist der Ressortzuschnitt und damit in den Augen vieler die Kanzlerin. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Paul Ziemiak. Er ist der Vorsitzende der Jungen Union. Einen schönen guten Morgen, Herr Ziemiak. Guten Morgen, Frau Heil. Das Finanzministerium in den Händen der SPD. Die Kanzlerin nannte es gestern Abend im Interview hier im ZDF. Schmerzhaft, aber vertretbar. Andere sagen, es sei ein politischer Fehler. Was sagen Sie? Es tut weh, dass wir das Finanzministerium nicht mehr haben. Ich sage es ganz ehrlich, gerade als Jüngerer, wenn es um Haushaltsstabilität geht, hätte ich gerne das Finanzministerium in den Händen der Union gesehen und nicht in den Händen der SPD. Aber so ist es nun mal. Ich glaube, es kommen einige Dinge zusammen. Sicherlich auch die Kommunikation in der letzten Woche. Wir müssen mehr darüber diskutieren und auch mehr die Erfolge in den Vordergrund stellen und mehr die Mitglieder einbinden. Nicht nur informieren, sondern auch einbinden. Und dann, glaube ich, kann daraus eine Erfolgsgeschichte werden. Weil es gibt ja durchaus viele positive Dinge in diesem Koalitionsvertrag. Lassen Sie uns dann doch aber noch mal bei dem Ressortzuschnitt bleiben. Denn darüber wird gerade öffentlich, nicht nur bei Ihnen, auch in der SPD ja diskutiert. Immer wieder wird angedeutet, dass die Sozialdemokraten ausgestiegen wären. Hätte die Kanzlerin es darauf anlegen sollen, also das Finanzministerium behalten sollen und die Gespräche platzen lassen? Nein, das hätte sie nicht machen sollen. Denn das hätten die Menschen am Ende nicht verstanden, dass es wegen der Ressortverteilung dann nicht zu einer stabilen Regierung kommt. Ich hätte es mir, wie gesagt, anders gewünscht. Es ist auch nicht gut angekommen bei unserer Basis. Aber deshalb alleine die Koalition platzen zu lassen, hätte ich für einen Fehler gehalten. Ja, aber was hätte sie dann jetzt machen sollen? Also im Grunde kann die Kanzlerin nur als Verliererin hervorgehen. Also hätte sie es durchgezogen, dann hätte es geheißen, so wie Sie es gerade schon gesagt haben, also Angela Merkel kriegt nichts hin, wegen dem Posten oder dem Ministerium lässt sie die Verhandlungen platzen. Jetzt gibt sie dieses Ministerium ab, dann ist es auch wieder falsch. Aber ich habe auch gar nicht gefordert, dass sie hätte die Verhandlungen platzen lassen sollen. Wir haben, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, beispielsweise Wirtschaft und Energie, gerade das Energiethema ist ja wichtig für Nordrhein-Westfalen. Aber es geht doch jetzt um die Frage, und das ist mein Kritikpunkt, wie diskutieren wir in der Union, wie stellen wir uns für die Zukunft auf, wie informieren wir nicht nur, sondern binden wir die Mitglieder ein. Nachdem wir wochenlang darüber diskutiert haben, was den SPD-Mitgliedern wichtig ist, viele bei uns sind ein bisschen genervt, dass es nur um die Diskussion geht, was wollen die SPD-Mitglieder, auch die Wählerinnen und Wähler und auch die Mitglieder der Union wollen gehört werden. Und das müssen wir in den nächsten Wochen besser hinkriegen. Über das mögliche CDU-Kabinett kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Manche stellen jetzt übrigens die Frage, ob mit dem Rücktritt von Martin Schulz, SPD, die Geschäftsgrundlage für diese Ressortverteilung überhaupt noch gegeben ist. Wie sehen Sie das? Nein, die ist weiterhin gegeben. Die SPD muss entscheiden, wen sie dort ins Rennen schickt. Ich bin gespannt auf die Liste der CDU. Das ist ja das, was ich eingefordert habe gestern, dass wir das vor dem Parteitag wissen müssen. Denn nur so können wir uns ein gutes Bild machen auf diesem Parteitag. Und nur so kann übrigens von diesem Parteitag ein Zeichen der Erneuerung, des Aufbruchs und auch von neuer Dynamik ausgehen. Nicht nur Sie können sich dann ein Bild machen. Und da ist Ihnen die Kanzlerin ja gestern Abend bei Berlin direkt auch entgegengekommen, sondern natürlich auch die SPD und damit die Basis. Die wissen dann, welches Kabinett von CDU-Seiten auf Sie zukommen wird. Sie fordern junge Politiker, haben Sie gerade ja auch noch mal gesagt, Querdenker, Unbequeme. Wer schwebt Ihnen denn da vor, außer Jens Spahn? Jens Spahn ist Einnahme, aber es geht in der ganzen Debatte doch nicht nur um Jens Spahn. Ich glaube, wir brauchen ein großes Team aus Jüngeren und übrigens auch Älteren, aus Neunköpfen und Erfahrenen. Und wenn wir das hinbekommen, als Team dort aufzutreten auf diesem Parteitag, dann wird das ein erfolgreicher Parteitag. Aber die Zukunft der Partei hängt nicht an einem einzelnen Namen, sondern an der Frage eines gemeinschaftlichen Gefühls und auch eines gemeinsamen Personaltableaus. Deswegen hatte ich ja auch gefragt, außer Jens Spahn. Kommen wir zur letzten Frage. Bis zum Parteitag soll, ich habe es gerade schon gesagt, die Liste also jetzt bekannt gegeben werden. Gestern ist die Kanzlerin ihren Kritikern, auch Ihnen da entgegengekommen. Eventuell ja auch um den Druck aus dieser ganzen Diskussion um Ihre, also um die Person von Angela Merkel zu nehmen. Wie sehr schadet das alles eigentlich der CDU? Oder sagen Sie, es hilft uns? Nein, gestern war doch ein gutes Zeichen. Wir haben das eingefordert, dass wir dieses Personaltableau kennen wollen bis zum Parteitag. Sie hat verstanden und hat das gestern Abend im ZDF kundgetan, dass es diese Liste geben wird. Also wenn ich Kritik übe und die Kritikpunkte oder zumindest Teile davon dann korrigiert werden, dann gehört es doch auch dazu, das unterscheidet uns übrigens von den Jusos, dass wir dann sagen, das ist ein gutes Zeichen, dass das erkannt wurde und jetzt auch umgesetzt wird. Paul Ziemerk, vielen herzlichen Dank für das Gespräch heute hier im Morgenmagazin, der Vorsitzende der Jungen Union. Und weil wir gerade schon ausführlich auch über das Gespräch mit der Kanzlerin hier im ZDF gesprochen haben, es gibt natürlich noch andere Reaktionen, besonders aus den Reihen der Opposition. Und da hören wir mal rein. Ich glaube nicht, dass die Unruhe zu Ende ist, aber dass sie extra direkt ins ZDF geht, zeigt mir, wie groß die Unruhe ist und dass sie versucht, sie mit aller Macht zu unterdrücken. Die Kanzlerin hat nun mal für ihre Kanzlerschaft alle klassischen Ministerien verkauft an die SPD. Sie hat keinen einzigen inhaltlichen Punkt gesetzt. Sie hat erklärt, sie wolle vor dem 26. Februar mitteilen, wer denn die Verjüngung im Kabinett der über 60-Jährigen sein soll. Aber dass die Basis der Union, die ja wirklich erlebt, wie sehr die Union inhaltlich entkernt ist, damit zufrieden ist, das glaube ich nicht. Man sieht ganz deutlich, die Kanzlerin hat die Hoheit verloren. Es ging offensichtlich bei den Koalitionsverhandlungen das 1. Mal richtig zur Sache, als es um die Posten ging. Es ist schlecht für das Land, wenn jetzt 4 Jahre eine bleiernde Zeit folgen werden und nichts anderes ist zu erwarten. Es gibt große Zukunftsthemen, die wir angehen müssen. Die stehen leider in diesem Koalitionsvertrag nicht drin. Und die ganze Personaldebatte, die geht jetzt auch darüber hinweg, dass der Koalitionsvertrag an sich sehr mutlos ist und die großen gesellschaftlichen Fragen einfach fehlen. In dieser aktuellen politischen Situation geht es natürlich nicht nur um die Kanzlerin, sondern auch um die SPD. Und mit der sprechen wir, besonders mit dem Parteifize, mit Ralf Stegner, der ist bei uns zu Gast, kurz nach acht, im Top-Thema.